Ich hab' eine Weihnachtskarte vor mir, da ist ein Schnee auf dem Papier. Das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, weil ich gar keinen Schnee sehe. Es war einmal und ist nicht mehr, der Schnee, der ist vom Himmel runtergekommen. Hat alles weiß gemacht und gescheit geheilt. Mei, ein echter Winter war das heute. Schnee, maß Papier, Kunstschnee da, ein Zipfelmützen auf dem Kopf. Wer braucht das bei der Sonne schon? Also, Blatzei, Kerzen, Glühwein, das drücken wir uns schon ein, weil wir sonst Angst hätten, dass kein Weihnachten kund sei. Und dann ist vorbei die heilige Zeit und die Diät kommt einig Schneid. He, Leute, ist das überhaupt so eine Freude? Also, ich möcht lachen, tanzen, singen und ich versuche, den Abend qualvoll rumzubringen. Doch, jetzt denken wir mal nach, worum es geht in der heiligen Nacht. Ich glaub, ich mein, im Bethlehem liegt im Winter auch kein Schnee. Und trotzdem war die Geburt von Jesus schön. Sterne am Himmel und Glockengebimmel. Man hat versucht, was zum Ändern in derer Zeit, auch wenn es nicht hat geschneit. Man hat versucht, sie mehr zu lieben und den Hass und die Ignoranz zu besiegen. Bei 15 Grad ist das auch damals schon gegangen. Deswegen wünsche ich euch schöne Weihnachten im Sommer.